Hu hu hu, heut bin ich do. Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen. Lustig, lustig, stralalala, heut ist Nikolausabend da. Ob Schwimmbad, Wald, ob Brauerei, wir sind halt überall dabei. Davon will ich euch hier berichten, mit meinen Nikolausgeschichten. Ich zeige keine Bilder, weil mir schwant, dann werde ich sofort abgemahnt. Zuerst ist kurz noch zu berichten, was ist vom Schwimmbad zu berichten. Die Antwort ist ja sonnenklar, in zwei Jahren ist ein Schwimmbad da. Das war ganz knapp, oh wei, oh wei, dort war ja fast die Brauerei. Doch zwischenzeitlich sind wir schlauer. Gebt Acht und legt euch auf die Lauer. Der Nikolaus sieht im ganzen Jahr, was in der Stadt so möglich war. Da gab es gute, schöne Sachen, doch manches war gerade nicht zum Lachen. Wir konnten einen neuen, schönen Kindergarten hier begrüßen. Doch wie der Zufall, es so will, legt die Verwaltung einen alten still. Der wurde gegen guten Rat jahrzehntelang kaputt gespart. Denn hat im Stadthaus so ein Schlaue ganz kräftig auf den Putz gehaue. Eine Maschine sei zu kaufen, so ein Halbmillion, so soll sie kosten. Doch wird die überhaupt nicht gebraucht. Die tät im Wald dann nur verroste. Und wenn ihr brav seid, aber alle, dann wird auch der Hessentag ausfallen. Den müssen wir in Punkt nicht dulden. Wir haben selber reichlich Schulden. Ja, wenn ich gerade so daran denke, ich wollte euch noch ein Haifisch schenken. Ich habe gesucht, im Sack ganz ohne. Ich habe ihn leider nicht gefunden. Die Straßen, die durch Funkstadt führen, sind allesamt zu reparieren. Um das zu bezahlen, seid euch im Klaren. Müssen wir alle Gebühren bezahlen. Da hilft kein Jammern und kein Weinen am lautsten jammernden Paarvereine. Im Stadthaus, wie ich sicher weiß, wird viel geschafft mit vielem Fleiß. Dort wirken viele gute Leute das ganze Jahr und nicht nur heute. Doch manche Stellen, meist die oben, die kann ich wirklich gar nicht loben. Drum helft mir diese zu entdecken. Ich will die in den Sack neustecken. Das alte Jahr ist bald zu Ende. Die meiste Arbeit ist getan. Dann ist die Politik gefordert mit einem neuen Haushaltsplan. Ich wünsche allen Volksvertretern, den Neuen und auch den Alten, dass sie mit Umsicht und Bedacht das Geld der Bürger gut verwalten. Zum Schluss noch einen Spruch, den habe ich schon immer gemocht. Es wird nichts so heiß gegessen, wie es wird gekocht. Allen Funkstädtern wünsche ich aus sehr gutem Grund eine friedliche Weihnacht und bleibt recht gesund. In der nächsten Woche könnt ihr dann sehen, dann wird es im Schwimmbad-Drama weitergehen. Wenn es sich hierinig ist, dann muss man das Stubbrand然後 wären die In den nächsten Woche . Untertitelung des ZDF, 2020